Ich kann es jetzt erst mal gar nichts sagen, was ich weiß, wie du denn sagst. Nein, nicht immer. Nur für die Wochenende, wenn ich frei bin. Ach, jetzt? Am Wochenende? Ja, nicht so, wie du denkst. Ich habe mich verstanden, wie du meinst. Hier würde es gehen, dass du uns dann morgens abholst von Läder. Du musst es noch mal mit der Rote abziehen, vielleicht ist es noch hier frei, dann brauchst du es nicht mehr. Ja, das ist eine Vorteile. Gucken wir mal auf jeden Fall. Da kann ich mir die Zwischenzeit auch bei der Läder wieder lau machen. Und ich denke, ich bin auch mal da. Ich glaube, es wird bestimmt noch am Ende rausgeholt, bevor ich den ja wirklich nicht lebe. Weil jetzt kommt die Läder dann rausgeholt. Und jetzt kommt die Läder dann rausgeholt. Und jetzt kommt die Läder dann rausgeholt. Alles gut! Alles gut!